Krasse Wanderung. So was habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh nein! Fuck! Ein Wasserfall rollt den Weg. Es ist so steil, dass der aufgesetzt hat. Ich bin fix und alle wirklich. Das ist heute eine absolute Grenzerfahrung. Deshalb bin ich hier, um Erfahrungen zu machen, die man im Alltag einfach nicht machen kann, wenn man an seinem Hamsterrad gefangen ist. Hi, ich bin Charlene. Im Februar war ich für zwei Wochen für eine Solotour auf Madeira. Das ist so großartig. Das ist so unglaublich großartig. Mein Ziel, eine Inselüberquerung von Ost nach West. Doch wegen Starkregen und Orkanböen bis 125 km h musste ich umplanen. Ich bin jetzt doch die letzten Kilometer mit dem Bus gefahren. Weshalb durch meine Tour leider kein roter Faden mehr geht. Insgesamt habe ich ca. 145 km und 7000 Höhenmeter zurückgelegt. Von atemberaubenden Landschaften zu verrückt spielendem Wetter. Es war so kalt. Es war wirklich eine der schlimmsten Nächte meines Lebens. Von neuen Erfahrungen. Das ist heute eine absolute Grenzerfahrung, wo ich so in dem Sinne jetzt nicht mit gerechnet habe. Ich will nicht noch mal einen Zehennagel verlieren. Bis hin zu schwierigen Entscheidungen. Ich bin gerade an dem Punkt, wo ich überlege, was ist dumm und was nicht. Ich muss eigentlich hier abbrechen. Es gibt keinen anderen Weg. Das war mit Abstand das Dümmste, was ich hier gemacht habe. Es ist einfach so rutschig. Warum bin ich nur hier hoch? Ich bin so dumm. Madeira ist so unglaublich vielfältig und hat so vieles zu bieten. Tunnel Tunnel Wasserfälle Wasserfälle Naturbäder Berge Dschungel 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 von Machico nach Pontamonis, glaube ich. Jetzt muss ich erstmal da hochkommen. Das ist alles extrem nebelig. Ich bin heute zum ersten Mal mit meinem schweren Rucksack unterwegs, also mit Wasser und allem drum und dran. Müsste ich bei 16 Kilo jetzt sein. Das fühlt sich sehr schwer an und sehr anstrengend. Ja, ich bin gespannt, wie es läuft. Und es geht jetzt schon richtig, richtig hoch. Aber gut, die Wanderung heute hat 1000 Höhenmeter zu bewältigen. Da geht es logischerweise hoch. Die parken hier alle so geil, sodass ich mitten auf der Straße laufen muss. Halleluja, da bin ich schon rot. Und ich laufe seit 10 Minuten. Fuck it. Alter, habt ihr das gehört? Es ist so steil, dass der aufgesetzt hat. Holy shit. So, jetzt kommen wir langsam raus aus dem Dorf. So, eben war ich noch da unten. Deshalb bin ich jetzt auch so aus der Puste, ey. Okay. Das beginnt ja hier schon mal sehr abenteuerlich. Krass, da ist ne Ziege. So, an so Flüssen komme ich öfter vorbei. Hätte ich eigentlich vielleicht nicht direkt drei Liter Wasser mitnehmen müssen. Und ab und zu einfach Wasserfilter auspacken und filtern, wie ich es in den Bergen dann auch machen muss. Oh, guckt mal. Man sieht den Strand da hinten. Oh, schade, dass es so nebelig ist. Da hat auch was Mystisches irgendwie. Auch irgendwie nice. Da ist die Ziege. Einfach nur fett. Und ich laufe hier mitten durch die Pampa irgendwie. Das kann was werden. Ah, im Wanderführer sind zwei Wanderungen, die ich in einer mache. Ich weiß auch warum das zwei sind, bei dem Anstieg. Okay, einmal Bachwanderung. Auch gut. Ja, wahrscheinlich ist das nur alles nass, weil es geregnet hat heute Nacht oder gestern Abend. Extrem geregnet. Also wenn man unterwegs ist und so ein Schauer kommt, kann sein, dass die beste Regenkleidung dann nicht mehr reicht. Wer weiß. Zum Glück habe ich Wanderstöcke. Jetzt hätte ich mich hier wahrscheinlich schon zehnmal hingelatzt. Tja, werden die Schuhe, die gestern so matschig geworden sind, direkt wieder sauber, praktisch. Ich habe keine Ahnung, wo hier der Weg sein soll. Absolut keine Ahnung. Ich laufe jetzt, glaube ich, einfach querfeldein. Oben komme ich irgendwann auf einen anderen Weg. Aber den kreuz ich nur, muss geradeaus weiter. Ach, da sind wieder Bergziegen. Revier der Bergziegen, so fühlt es sich auch an. Und so ist die Aussicht. Vielleicht ist hier drüben ein Weg. Das sind diese Steine so angelegt, so speziell. Ach, das ist aber der Bachlauf. Aber Bachlauf ist gut. Ah, das soll der Weg sein, glaube ich. Ach. Okay. Cantoning geht weiter. Weg gefunden. Oh nein. Seht ihr das? Mein Weg führt genau an dieser Ziege vorbei. Oh, sorry. Oh, sorry, Ziege. Ich will dir keine Angst machen. Hallo. Warum bist du denn angekettet, du arme Ziege? Warum bist du denn nur hier angekettet? Wir sind doch hier nirgendwo. Ist hier furchtbar. Hallo. Erstmal strullern, genau. Oh, da drückst du die Bebeziegen. Der andere Ziege. Und da ist auch noch eine. Und es trinkt. Oh, da geht mein Herz hier auf. Und ich bin viel zu langsam. Okay. Genug Ziegenwatching gemacht. Weiter geht's. Ich sehe nicht mal, wo ich hintrete. Das sieht gut aus. Ich habe irgendwie, glaube ich, ein bisschen schlecht gepackt. Meine linke Schulter tut irgendwie sehr weh. Deshalb mal kurz ein bisschen Schulter trainieren. Ich habe gerade mal meine Jacke ausgezogen und bin so geschwitzt. Schön. Einfach nur schön. So, weiter geht's. Ich glaube, jetzt bin ich auch oder komme zum Glück auf bessere Wege. Ja, der Weg, den ich gerade gegangen bin. Ich weiß nicht, ob man das als Weg betiteln kann. Naja, es war irgendeine Art von Weg. Aber ja, nicht so ganz offiziell wahrscheinlich. Es kommt davon, wenn man sich selbst irgendeinen Weg bei Komoot zusammenstellt. Juchu. Es sieht aus, als würde es auf normalen Wege weitergehen. Und kein, ja, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll. Querfeld ein Weg. Da komme ich hoffentlich ein bisschen schneller voran. Ich war nämlich mal wieder viel zu langsam. Aber naja, so ist es. Und die schönen Ziegen habe ich halt auch ein bisschen zu lange begrüßt. Ich bin einfach ein Tierfreund. Da kann ich nicht Nein sagen. Ich muss auch an jeder Katte stehen bleiben, die kuscheln will. Geht gar nicht anders. Ah, der Weg ist doch nice hier. Kann ich ein bisschen Strecke machen, wenn es so langs gerade geht und nicht berghoch. Oh, was für eine Killer Landschaft das einfach ist. So ein richtig schönes Tal hier. Da hinten das Meer. Und ich bin halt einfach noch keinem Menschen begegnet. Im Vergleich zu gestern, was die absolute Touri-Attraktion ist, ist das hier echt wunderschön. Von dem Ruhigkeitsgrad, sag ich mal. Ich mag eher Wanderungen, wo nicht so viel los ist. Da ist das hier echt Killer. So, die Bachwanderung geht weiter. Nur jetzt runter. Und nicht mehr hoch. Ui, 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 ui. Okay. Ist zu tief. Da kann ich drauf. Uu. Uuh. Es wird spannend. Ich meine, meine Schuhe sind nicht mehr wasserdicht, wenn das Wasser oben reinkommt. Das ist Ende-Gelände. So, versuchen wir es hier an der Seite. Holy shit. Dafür sind die Wanderstöcke halt echt killer. Man kann sich abstützen, gucken wie tief es geht wo rein und und und. Also ich gehe gar nicht mehr ohne Wanderstöcke wandern. Oh shit ey, hier kann ich weder hoch noch runter. Oh damn. Lass uns rein und den irgendwo hinlegen. Holy shit. Damn. Ich wollte Abenteuer. Ich kriege Abenteuer. Oh, mit dieser wunderbaren Aussicht. Es ist einfach so krass. Und hier auch Mutterseelen allein zu wandern. Traumhaft. Einfach nur traumhaft. Und das Wasser hat mal aufgehört. Yay. Und das Meer ist zu sehen. Und es ist so schön warm. Oh, das bedeutet, dass ich auch wieder ein paar brennen werde immer wieder. Naja. Ich habe Vaseline dabei. Ich könnte mir eine schöne Fettschicht aufs Gesicht schmieren. Das sieht dann auch sehr heiß aus. Ich bin auch echt froh, dass ich die Trinkblase mitgenommen habe. Wenn ich jetzt jedes Mal beim Trinken Rucksack absetzen müsste. Ich glaube, dann würde ich echt wenig trinken. Diese Rucksack absetzen. Jeder, der mit schwerem Gepäck wandert, kennt es. Das ist eine Tortur, die man versucht, so gut es geht, zu vermeiden. Der Rucksack absetzen hatte eben echt geholfen. Hat sehr gut getan meiner Schulter. Aber jetzt merke ich gerade, fängt es wieder an. Eine halbe Stunde ging es vielleicht gut. Holy shit. Da sind ganz viele Fliegen. Was ist das? Es wächst hier. Keine Ahnung. Ich dachte erst Bienen oder so. Ne, alles voller Fliegen. Krass. Wo gehe ich denn jetzt lang? Das sieht ja mega aus. Oh, bitte lass hier keine Spinne ihr Netz über den Weg gespannt haben. Ah, mir geht's dich, mir geht's dich einfach. Ah, mir geht's dir. Mir geht's dir. oh mein gott okay ist die frage wo geht der weg lang das ist killer okay da hinten ist wahrscheinlich machiko da muss ich durch ja nicht nur wahrscheinlich das ist machiko hier hoch geht der weg okay das ist so fett das ist so geil hier zu sein das sieht doch gut aus hier ich bin so glücklich hier zu sein alter sich rot aus naja es ist sonnenbrand nicht nur das ist einfach so krass ich freue mich so so killer einfach nur wow der erste eukalyptusbaum den ich sehe ich rieche es noch nicht so meine nase ist ein bisschen zu das kenne ich von spanien das ist so geil wenn man durch den eukalyptuswald läuft es riecht so entfett jetzt rieche ich es da sind schon wieder bergziegen so schön die sonnen sich und genießen es genau wie ich da sitzt eine richtig dicke hinter dem großen stein dort hier sehe ich tatsächlich eine Kakteenfrucht die ist aber viel zu klein um sie zu essen die muss erstmal reif werden auch meine Schulter tut so unglaublich weh ich muss glaube ich gleich meine Schmerzzölle zu nehmen auf dem Jakobsweg war es mein Knie mein rechtes das konnte ich nicht mehr knicken aber da hatte ich die Wanderstöcke dadurch konnte ich mich ausbalancieren aber bin drei tage lang mit durchgestrecktem Bein gelaufen trotzdem 25 Kilometer am Tag und 1000 Höhenmeter durchgezogen trotz ibuprofen äh ne wegen ibuprofen wahrscheinlich eher ja hoffentlich legt sich das mit der Schulter die Tage wenn mein Körper sich an diesen schweren Rucksack gewöhnt hat und man hört immer mehr das Meeresrauschen mega nice wow ich habe eben gesagt das ist Machiko aber das ist ja Kamikal das ist ja nicht Machiko von Machiko komm ich doch oh nein der Weg ist wieder ein reiner Matschweg Schande Schande ich mag dieses Plätschergeräusch irgendwie wenn man so ins Wasser patscht irgendwie finde ich das nice haha Feindes Wasser. Essen. So ein Teil von gestern. Ein Quetschi, wie meine Kids im Kindergarten sagen würden, mit dieser schönen Aussicht. Und wie ich aussehe. So, verlassen wir diesen wunderschönen Strand und weiter geht's. Huh, es wird doch tiefer als gedacht. Geht's noch? Ja, geht noch. Franke Felsen. Es sind überall Rohre drin. Ha, ich kann mein Müll loswerden. Julien. 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 Oh, ich bin diesen furchtbaren Berg hochgelaufen. Naja, noch nicht ganz, glaube ich. Aber meine Schulter killt mich wieder so dermaßen. Es tut so weh. Oh, jeder Schritt ist richtig schmerzhaft. Nächsten, neuesten Spot muss ich unbedingt kurz auf Mike machen. Oh, was ist das denn hiervon? Oh nein, was bist du denn, wie eine Süße? Holy shit, wo bin ich hier gelandet? Das sieht ja mega aus. Oh, da hinten sehe ich schon einen krassen Ausblick. Okay, ich habe mir gerade den Bachlauf ausgesucht. Einmal schnell rüber. Alter, nicht gut. Holy shit. Schuhe sind ein Kilo schwerer geworden. Oh, das ist eine Kilo. Okay. Wow, einfach nur. So krass, einfach nur, dieser Ausblick, zum Glück ein bisschen aufgeklart, man kann besser sehen, das sieht so nice aus, man sieht richtig wie braun das Wasser ist, weil hier, wenn der Regen kommt, natürlich diesen ganzen Matsch runterspült, hier ist ja auch noch alles feucht, und dann das ganze Meerwasser braun wird, wow, einfach nur. Dieser Kontrast ist so geil, Küste, Felsen, da hinten die Berge, toll. Okay, der soll echt durch diesen Canyon gehen, kranker Shit, sicher sicher. Ja, okay, really krass. Na gut. Wow, fast noch hingelatzt. Krass, ist der Weg einfach nur. Krass, eine Wanderung, sowas habe ich jetzt nicht gerechnet, durch so einen Canyon zu wandern. Ich nenne es jetzt mal Canyon. Wahnsinn. So, man muss hier halt echt gucken, das ist eine Mischung aus Matsch und Stein. Matsch, und zwar echt tiefer Matsch und Stein. Krass hier, Alter, wenn ich hier reintrete, sieht man das, wie weit mein Wanderstock weg ist, und ich drücke jetzt nicht mehr feste drauf. Sie ist bis hier Matsch versunken. Alter, ich muss ein bisschen aufpassen. Boah, Steine sind auch rutschig. Das wird ein Abenteuer. Boah, dieser Kontrast ist so krass. Alter! Ich muss dringend weiter. Ich bin zu langsam, weil mich diese Schönheit hier so fasziniert. Ich habe euch nie gerechnet mit diesen, ich nenne es mal, Canyons. Heilige Scheiße. Okay, ich sollte lieber nicht zu nah an den Rand gehen. Ich weiß ja nicht, wie es da drunter aussieht. Wow, heilige Scheiße. Okay, näher gehe ich nicht ran. Einfach nur wow. Wahnsinn. Heilige Scheiße. Das ist so krass. Oh, jetzt sieht es tatsächlich mal mehr nach Weg aus. Die Bäume sind noch entkross. Wow. Wahnsinn. 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 Das ist ein kranker Weg, ey. Ich komme echt nicht drauf klar. Das ist ein kranker Weg. Das ist ein kranker Weg. Das ist ein kranker Weg. Amen. Amen. Ich bin noch nie durch einen Bambuswald gelaufen. Das ist ja endkrass. Voll nice. Da hoch soll ich gehen. Da sind noch Fußspuren. Ich wollte Abenteuer. Ich kriege Abenteuer. Holy shit. Gut, dass ich gerade eben meine Schuhe vom Matsch befreit habe. Alter, wie soll ich denn hier hochkommen? Ist der Bambus feste? Nee, der nicht. Das ist natürlich so ein kleiner. Scheiße, ey. Ich besuche es da drüben. Das ist nicht ganz so steil. Uh. Okay. Okay, okay. Oh, sorry Bambus. Ich muss mich hier irgendwie durchquetschen. Oh, direkt wieder weg. Heiliger Süd, ey. Das ist doch kein Weg hier. Nee, also irgendwo hört es doch auf. Irgendwo hört es doch auf. Ich bin eigentlich fast da. Das kann ich nicht machen. Oder? Boah. Ich gucke jetzt ein kleines Stück. Wenn dann kein gescheiter Weg ist, nehme ich einen anderen. Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus. Oh. So eine kleine Stufe schon mega anstrengend ist. Oh. Oh. Okay. Okay. Okay, okay. Aua. So, jetzt geht es hier eigentlich nur noch hoch. Was mache ich nur? Okay. Ich bin aber wieder auf dem Fahrrad. Ach, hier unten geht einer lang. Oh. Was ist das denn wieder für ein Blick? Oh mein Gott. Gut. Ich sehe den höchsten Punkt. Ich sehe den höchsten Punkt. Scheiße. Da habe ich hier noch ein Stück vor mir. Alter. Ich kann hoffen, dass es der ist und nicht noch einer dahinter. Schwer zu sagen. Das sieht schon fast klettersteigmäßig aus. Das ist richtig krass steil. Richtig krass. Das wird richtig hart. Endgegner. Endgegner. Puh. Mein Wanderstock ist mir wieder hingefallen. Puh. 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 Dann wollen wir uns mal an den Endgegner wagen. Hoffentlich Endgegner. Reicht langsam. Puh. 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 Was ist das denn für ein Weg? Ein Kletterweg auf jeden Fall. Puh. 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 Ich habe echt ein bisschen Schiss, was noch kommt, ich habe noch 8,5 Kilometer, nein 9,5 Kilometer, wir haben 16 Uhr, also in drei Stunden wird es dunkel und solche Wege im Dunkeln laufen, wird abenteuerlich auf jeden Fall, also ich muss ein bisschen Strecke machen Das ist hier echt nicht ganz ohne, okay, das ist nur Erde, ich will mal sich nicht festhalten Holy Shit, ich habe einen Schiss hier wegzurutschen, wow, okay, auf jeden Fall sehr abenteuerlich Boah, Scheiße Oh mein Gott, hier sieht man Rutschspuren vom Vorgänger Boah, reicht ja nicht, dass ich Zeitdruck habe, ein bisschen Action hat mir gerade noch gefehlt Boah Oh, die Rutschspuren vom Vorgänger treten ist kein gutes Gefühl, der hat bestimmt schlechtere Schuhe So gehabt als ich Scheiße Boah Boah Okay, einfach mit den Händen mitgehen, dann ist es einfacher, tja, wenn die Hände nur Halt finden würden Ja komm, das Bein ist noch nie dreckig genug Oh, geil Und die Landschaft ist Killer, ne? Die ist echt Killer Ach, ich hätte auch außen rum gehen können Okay Das wäre nicht so gefährlich gewesen, gut zu wissen Oh, diese Wälder Schade, dass es nicht ganz so krasse Aussicht ist, da hinten sieht man die anderen Felsen noch Okay, dass ich noch auf den anderen hoch muss, halte ich für unwahrscheinlich Das ist ja ein ganz anderer Berg Okay, ich weiß jetzt welchen Weg Komoot meinte mit enthält Abschnitte, die gefährlich sein können Oh, krass, hier runter Das sieht ja nice aus Oh, der Weg führt da drüben rein Scheiße Ein bisschen Angst Daisy Korb Scheiße, ich muss da hoch. Heilige Scheiße. Ich muss höchstwahrscheinlich nach da hoch und das macht mir echt Angst. Auf diesen Wegen kann ich halt auch keine Strecke machen, weil das einfach nur teilweise eine Kletterei ist. Scheiße, ich sehe den Weg. Scheiße, 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 scheiße. Okay, nicht denken, einfach machen. Ich habe keine andere Wahl. Wahl. Okay. 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 ich musste gerade eine entscheidung treffen ich habe hier die möglichkeit zurück nach kanikal zu laufen und die wanderung abzubrechen weil ich mir ein bisschen viel vorgenommen habe und einfach so langsam bin oder weitergehe ich habe geschaut in drei stunden komme ich auf eine befestigte straße kann ich auch im dunkeln weiterlaufen ich habe das stören aber das wäre kein ding allerdings wird es in zweieinhalb stunden dunkel ich weiß nicht ob wie diese drei stunden berechnet sind mit 2,4 kmh allerdings weiß ich ja wie die wege hier teilweise sind ich habe mich entschieden es durchzuziehen es kann ein abenteuer werden es wird ein abenteuer ich muss mich so das geht beeilen also weiter geht's sieht hier gerade endlos nice aus mit diesen eukalyptusbäumen über mir und ich muss jetzt jeden moment den höchsten punkt erreicht haben ich habe den höchsten punkt eben erreicht so sehe ich auch aus bin fix und alle wirklich das ist heute eine absolute grenzerfahrung wo ich so in dem sinne jetzt nicht mit gerechnet habe dass ich so lange für diese wanderung brauche und safe im dunkeln ankommen werde und mir alles weh tut nur kaugummi das sieht immer scheiß aus sorry für die wörter ich bin einfach echt durch ich habe noch ein bisschen was vor mir aber ich kann doch mal durchatmen das schlimmste habe ich hoffentlich überstanden das ist doch was mystisches mit diesem ja nicht nebel aber dunst wie auch immer so jetzt kommen gleich die letzten höhenmeter zu bewältigen 70 hoch dann habe ich die höhenmeter hoch für heute geschafft danach geht es tatsächlich nur noch bergab zwischendurch hatte ich echt einen richtigen tiefpunkt vor allem als ich die entscheidung treffen musste weiter oder nicht weiter überhaupt keinen bock zu reden einfach nur maschine sein einfach nur machen ja inzwischen ist der tiefpunkt überwunden meine grenzerfahrung einfach eigene entscheidung treffen wichtige entscheidung treffen was ist wenn es die falsche entscheidung war ich meine zu dem entschluss kann ich immer noch kommen ich weiß nicht was noch kommt kann trotzdem noch sehr hart werden aber ja deshalb bin ich hier um erfahrungen zu machen die meinem alltag einfach nicht machen kann wenn man am hamsterrad gefangen ist und unabhängig zu sein eigene entscheidung zu treffen und ich bin sehr glücklich dass ich das gemacht habe dass ich das machen konnte ja einfach mal zwei wochen auf mich gestellt sein mega krass erfahrung jetzt schon das ist tag zwei also ich bin endlich glücklich hier zu sein wirklich richtig krass es kann sein dass ich gerade mehr oder weniger gecheatet habe hier stand nämlich larano der weg und in meiner app zeigt es dass ich gerade höhenmeter laufe aber hier laufe ich gerade gar nicht hoch vielleicht habe ich glück und muss keine 70 höhenmeter mehr machen da wäre ich jetzt nicht undankbar drüber der weg ist auch endcool das meeresrauschen im hintergrund also diesen weg den ich gerade laufe gibt es in komut nicht der andere müsste weiter oben auf jeden fall safe sein wenn es gut läuft und ich dann natürlich nicht andere höhenmeter überwinden muss ja habe ich mir ein paar höhenmeter gespart und das macht mich mega happy diese schulter ich muss immer ab und zu mal ein bisschen renken und eigentlich wollte ich eine schmerztablette nehmen wenn ich am höchsten punkt angekommen bin krass man sieht da hinten den weg sieht man das da und der gopro ist so dunkel inzwischen schon da würde ich wahrscheinlich noch lang laufen sieht killer aus von mir dieser stock wie oft ist der mir heute schon runter gefallen aber immer nur einer das war ein gutes beispiel dafür für eigene entscheidung treffen folge ich einem schild wo ein ort drauf steht wo ich vorbei muss der aber nicht auf der karte ist und ich keine ahnung habe wie viel höhenmeter etc das sind oder folge ich dem komut weg wo ich safe weiß woran ich bin manchmal muss auch müssen abenteuer und ungewissheit sein ja um einfach was spannendes zu erleben so wie man sieht wird es schon ganz schön dunkel hier in den wäldern oh eine kleine hühle oh ich krieg Hunger am nächsten spot noch mal die kamera schwenken lassen das sieht mal wie der kille aus am nächsten spot wo ich mich halbwegs hinsetzen kann muss ich mal meinen energieregel flammen es ist so nice hier in den felsen lang zu laufen sieht ja nice aus wie dieses grünzeug da mit felsen wächst ja auch nicht schön es wird dunkel wir haben kurz noch sechs 20 noch sechs um sieben hier glaube ich die sonne unter aber wenn der weg jetzt so bleibt kann ich auch mit stirnlampe laufen deshalb ja bin ich optimistisch gestimmt krass man sieht so schön den weg ja um den fels geht mega schön nein ein wasserfall kreuzt den weg ich will mir jetzt keine regensachen anziehen um da durch zu gehen ich glaube da fasse ich vorbei ja doch das geht schon ein paar tropfen sind jetzt nicht tragisch okay und durch da ist irgendwas in gefahr die ist da drüben okay ich werde auf jeden fall ein bisschen nass i don't care okay let's go okay 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 Untertitelung. BR 2018 Oh, ich bin so froh, dass sich die Wanderung, also gut, sie ist uns zu Ende und wir hoffen, dass keine böse Überraschung mehr kommt, aber so wie es aussieht, komme ich gut durch und schaffe es, keine Ahnung, bis 8 Uhr oder so ins Hotel. Ich bin so froh, dass ich es gemacht habe und nicht abgebrochen habe. Ich fand diesen Wasserfall so geil irgendwie da durchzulaufen. Killer einfach. Da unten ist mein Ziel. Porto Moniz. Sieht doch gar nicht mehr so weit entfernt aus, oder? Das kriege ich jeden. Na, was habe ich auch für eine Wahl. Hier auf dem Matschweg schlafen? Yeah. Okay. Sogar ein Drahtseil zur Sicherung. Okay. Na gut, das könnte rutschig sein, aber da höre ich immer eine Wanderstücke. Oh, Schöner, Wasserfall. So, es wird immer dunkler. Ich weiß nicht, wie lange ich noch filmen kann oder ob es noch was Krasses zu filmen gibt, sonst muss ich diesen Clip hinten dranhängen. Meine Haare sind total nass immer noch vom Wasserfall. Dann muss ich noch zeigen, wie ich aussehe. Ja. Gut, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Schon mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir sehr gerne einen Daumen hoch. Das hilft mir sehr weiter. Lasst ein Abo da. Es werden noch mehr Madeira-Videos kommen. Und ja, das war wunderbar. Jetzt ist einmal hier drüber gerollt. Nicht schlecht. Kurz überlegt, ob ich frage, ob ich mitfangen kann. Aber nur kurz. Jetzt ziehe ich den Rest auch noch durch. Ich habe endlich eine Kutzelkatze gefunden. Genial. Man sieht dich zwar wahrscheinlich nicht mehr Kätzchen, aber man hört den Schnurri. Oh, bist du süß.